Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der beste Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch Elie, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Errate den Spieler anhand ihres Transfers. Okay, komm, wir machen das jetzt. Ohne was? Nee, Stopp muss natürlich, Bruderherz. Wenn ich als erstes Stopp sage, dann ist es meine Antwort. Ihm oder ohne. Stopp ist, ich sag die Antwort. Du hast zwei Sekunden, drei Sekunden. Genau, genau. Okay, okay, okay. Das ist Stopp. Was ist denn, Joder? Wurst. Er ist eine Fleischwurst. Einfach so. Zeig's nochmal, bitte. Zinne, das macht man. Hä? Was? Mein Respekt. Zeig mal bitte. Zeig's bitte. Er ist so Geflügelfurst. Ekelhaft, Bruderherz. Warte. Nein, das sollte. Wir müssen machen. Das ist so ein Schwerch. Stopp! Okay, ist aber sogar falsch meiner. Tony Rüdiger. Scheiße. Oh, Willi! Scheiße. Stopp! Okay, wir waren gleichzeitig. Stopp! Es muss Miner sein. Also du weißt es auch, dass es Miner ist. Beide einen Punkt haben. Nee, sag doch erstmal, wer das ist. Auf drei. Eins, zwei, drei. Richard. Richard. Ich hab ne neue Strat. Ich hab ne neue Strat. Zip. Stopp! 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 Haaland! Digga, das hat mich übertrieben irritiert. Kannst du mal den bitte neben dir da weg? Ja, das ist wirklich... Wrestling hat dein Platz ab. Chormini. Versteht ihr das? Das ist es. Das wusste ich aber zurück. Ihr sitzt mit dem Falschen am Tisch. Nein, nein, nein. Es steht 2-1. Es steht 2-1. Oh Gott, Willi. Ja, aber insgesamt steht es 2-1. Für mich ja, Fußballlexikon. 3-1-1-0. Der hat 0? Schön, dass du hier bist, ne? Ich trink die ganze Zeit immer, wenn du Schwarz drischst. Schön, dass du hier bist. Chormini. What is the correct answer? Masraoui! Nein, das kann auch der... Ich hab Masraoui gesagt. Ja, Masraoui, du hast Grabenmäch. Bitte! Nein! Yes! Ohne Sinn! Verena! El, Nunez! Nunez! Was ist das eigentlich? Ich war vorher. Nunez! Santiago Nunez! Who is the player? Hey! Jetzt! Ja, stimmt. Stark. Super. Mkhitaryan! Ist nicht Mkhitaryan. Nein! Ist er die ganze Zeit da geblieben? Nein! Es ist... Morlin! Ich weiß jetzt! Es ist Juan Marta! Meiner! Nein! Doch! Ich hab ne Idee, aber... Nein! Ich weiß es! Oh Gott! Wie peinlich! Wie heißt der? Es ist Juan Marta! Nein! Es ist nicht Juan Marta! Oder? Es ist Martic! Ah! Ah! Ja! Ja! Mann! Ihr seid mir nicht gewachsen! Nee! Super! Ich hab Liverpool gesehen in Bayern! Ja, du sitzt auch ganz vorne! Ja, bo! Ihr seid mir nicht gewachsen! Ihr sitzt auch ganz vorne! 1, 6, 3, 1, 0! Ich seh nicht mehr was! Junge, du bist im Wehen! Ja! Komm mal Aschmetz trinken! Okay! Zeig mir das! Okay! Ja, jetzt ist es! Mann, ey! So! Okay, mach! Her damit! Ich kann mich sogar jetzt noch besser konzentrieren! Guck mal, wie er dich vorne lebt! Guck! 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 Philips! Beide! Ja, beide! Sieht! Sieben, vier, eins, eins! Karon! Bas! Haller! Haller! Ja, ja! Doch, ja! Boah! Wirst du dich machen! Guck! Äh, äh, Dings! Ne, äh, ne, es! Darf ich nicht mehr jetzt! Ist jetzt bei vier? Ist richtig, ist richtig! Machen wir kurz Stopp! Was ist das jetzt? Das ist das? Passt! Das war der, Nieser? Passt! Äh, äh, das ist Fressus! Fressus! Das ist ja klar! Okay, mach! Ja, es liegt mir auf... Was ist das? Fressus! Ja! Guess the answer! Oh, Lukaku! Was? Sorry, sorry, sorry! Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll! Sorry, das war, glaube ich, meiner Meinung nach! Nein, niemals! Nein, niemals! Oh, Lukaku! Warte! Warte! Ich wollte auch Volker sagen! Fabrik! Nee! Fabinho! Nee, ist nicht Fabinho! Hä? Bleib mal leise! Bleib mal leise! Dieser... Nagatomo! Minamino! Minamino! Danke! Das ist meiner! Ich hab hier auf... Oh Gott! Takumi! Takumi! Achso! Äh, Krabi Simons! Wer? Krabi Simons! Krabi Simons! Achso! Aber dein Name war brutal! Barca muss auch kommen! Sorry! Kenne ich ihn! Cassie! Ja! Ich mach das! Ich mach das! Wirklich! Question 20! Dumpfries! Nee! Doch! Du darfst nicht mehr sagen! Nee, darf er nicht! Oh mein Gott! Das weiß ich schon! Nee, das ist nicht... Tag der Ficou! The correct answer is... Oh, was?! André Unana! Hab ich nicht mehr mitbekommen! Der hat gedopt! Was ist das denn? Sorry, Jungs! Äh... Witze! Sorry! Witze? Ist bei Atletico? Sange für den Trikot! Oh, Giroud! Nein, 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 nein! Origi! Boah! Dicke! Stimmt! Pfff! Spacht um sieben! Wegen Wolfsburg! Das hätt auch Niklas Bender sein können! Als der dämlich da nicht mehr sitzt, da läuft's nicht mehr, ne? Hab sie gewagt! Ja, okay! Arketic! Nee! Nee, warte mal! Das ist De Jong! Das ist De Jong! De Jong ist bei PSW! Elf, acht, zwei, eins! 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 Zwei! Nein, ich hab mehr! Paredes! Bitinia! Bitinia! Nein! Das ist... Bald ist falsch! Perisic! Ich sag Mendesch! Dieser Linksverteidiger! Der war zwar letztes Jahr schon da, aber vielleicht Lion! Der war bei Morve Hempf nicht! Ja! Das ist ja, oder? Ja, das ist richtig! Was? Ähm... Es ist Dings da! Es ist... Es ist... Perisic! Ja! Boah! Stimmt das? Ja! Ja! Das ist bei Tottenham! Der da landet? Ähm... Ja, das ist schlecht! Das war auch cool! Ich würde... Neutral... Neutral... Würde ich sagen, ja! Das ist krass! Das ist krass! Sisoko? Das stimmt! Ja, lol! Dinger, was geht ab? Wegen Newcastle, Tottenham und der war nach Französisch! Mann, der hat keine Ahnung! Das ist aber richtig! Ja, es ist richtig, aber der hat keine Ahnung! Das ist richtig! Was? Wegen News... Next question! Also Belübten... Ne, ist falsch! Falsch! Schwule! Christensen! Ja, Mann! Wie klappbar! Ja, wie klappbar! Das ist wegen Klappbar! Ja, wegen der Bendens um die Bundeswehr geht frünisches Lexikon! Mach nen Punkt dazu! Malasian! Wer? Ja, ja! Das ist ein Wechsel, den... Was ist denn das? Question 30! Boah! Ist der bei Inter? Der war bei Romo! Undercover, aber... Krass! Passt! Henrik, ne? La Kassette! Ruhe! Question! Der ist bei dem... Der hat beide fett jetzt! Ja, ich weiß! Guck, guck... Das ist der... Ruhe! Ich kenn keinen von beiden! Aaaahhhhhh! Ich will sowas wissen! Fuck yes! Ich kenn niemanden von beiden! Mach mal hier! Oh, okay! How many questions have you... Rocker! Rocker! Jaaaah! Schön, ich hab den Namen nicht gefühlt! Jaaaah! Aber dass du Rocker kennst, ist krass! Wie random! Ja, das ist krass! Wie random! Wie random! Mark Rocker! Ab... Ab... Danger! Dankeschön! Es ist ein... Es ist ein Innenverteidiger... Es ist ein... Es ist ein Mittelfeldspieler... Es ist irgendwas... Es ist... Das ist... Fabio Vieira... Es ist ein... Spiel nicht! Äh... Special Bonus! Adimi! Karim! Okay! Mal ein schönes... Erster, Zweiter... Ich schwöre dir... Schön gesagt! Jaaa... Schön gesagt! Vereins nach nationalitär! Okay! Passt! Gottman! Digga... Es ist ganz losgehen! Weiß nicht mal, dass es losgehen! Ich wollte auch... Sorry! Aber ich hätte sowieso nicht... Aber wir beide haben aufgepasst! Jaaa... First question! Ne... Paris! Wieder wir beide gleich! Joris! Warte mal... Das ist Lavas! Man braucht ein bisschen diese Zeit so zwischendurch... Sonst ist es so zack zack zack... Second question! Liverpool! Ja, sehr schön! Barst! Ja, ist vom letzten Jahr! Ist vom letzten Jahr! Muss ich doch aufpassen! Und jetzt komme ich nämlich, Chet! Aber ich glaube, das wird... Ah, ne... Ist bei Bayern mittlerweile! Bayern! Nein! Ich wollte einfach Bayern sagen! Wegen so vielen Bayern! Und ich sage einfach Dortmund! Dortmund gesagt! Dortmund! Wer hat mit? André Kahn! Ich habe richtig verletzt! Ja, wieder! Man braucht diese eine Folge! Chelsea! Chelsea! Chelsea passt! André Kahn! Wegen Lukaku schon wieder... Ja, weil... Sorry Julian... Chelsea passt! 4-4-1-0! Mandiu! Oh... 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 Ich habe Mandiu gesagt... Wegen Portugal... Und Frankreich! Ich muss jetzt sofort was sagen, Digga! Achte mal bitte auf die... Forsberg! Das ist... 4-4-2! Das ist abnormal! Porto! Porto? Boah, weiß ich nicht! Wegen Medi... Wegen diesem Medi da vorne drin, oder? Deluxe, ne? Ja... Sporto! 4-4-3-0! Sporto! Juve! Das ist... Chelsea! Ja... 5-4-3-0! 5-4-3-0! Auf Tor gucken ist langweilig! Uruguay! Inter! Klinko! Ich hatte auch Atletiko! Man! Es ist... Das sag ich schon wieder nicht! Es ist Atletiko! Es ist Atletiko! Das ist Harland. Das ist Harland. Dortmund. Ich hab was. Darf ich mich korrigieren? Rechts ist Antonin. Jetzt haben alle 5. War es einfach. Ja, stimmt. Was macht der Martin Braveweight auf der Erde? Dann kannst du noch mal eine deutsche Flagge hinmachen für mich. 5-5-5. Rom. Schelzi. Das ist nicht Schelzi. Das ist Azimila. Weil das im Tor Ding ist. Es ist nicht Azimila. Aber wer ist der? Burak Gilmaz rechts? Nichts. Ich hab Schelzi gesagt wegen Dings da. Wegen Kunisic. Can you guess the following question? Das ist ähm... Nerpel! Was? Nerpel? Ich weiß es. Oh mein Gott. Ich nehme einfach Inter. Ja, richtig. Das ist Radkicic. Oh Gott. Oh. Inter. Inter. Nee. Leverkusen. Oh, stark. Radetzky. Du guckst immer auf Tor. Patrick Schär. 7-6-7-1. Schön, dass du hier bist. Dinger, du kannst doch Radetzky finden. Guess the Football Team. Arsenal! Oh Mann. Ist das Fan Legion? Wir haben das Auba. Ach doch, es ist... Es ist richtig. Es ist richtig. Wegen Auba und... Aber wer ist das da? Digga, man muss so raten. Man muss so raten. Man muss so raten. Was hit mal in der Jury von der Supertalent? Superfrage. Für 3 Euro antwortet der nochmal. Next question. Jury. Äh... Falsch. Ruhe. AC Milan. Therese? Therese? Was? Ich hab 8. Die beiden haben 7. Er hat 1. As Rom. Get the next one. Leon. Der stimmt. Der stimmt. Der stimmt. Ich sag... Ich sag... Ich sag... Ich sag Sandetien einfach. Einfach mal so. Zur Sicherheit. Ja, zur Sicherheit. Ja. Das ist krass, ey. Ach, den. Und dass er da ist... Auf Lyon kommt, Digga. Weiß er doch nicht. Was ist das denn? Sporting. Nooo... Sporting. Der Wichser. Nooo... Weil ich schnell um Leben bin, Nico. 9-7-7-2. Und langsam wird die Zeit knapp. Mh... Noch einer, ne? Achso, ne. Tottenham. Ja, das hatten wir schon. Tottenham hatten wir schon. Tottenham hatten wir schon. Ja, aber das hatten wir schon. Achso, das war ganz am Anfang. Das war das ganz am Anfang. Ich hab auch das erste Song gesagt, Leute. Weil dann kriegt ihr zweimal für das gleiche Team. Ja, aber du musst auch schnell schalten. Achso, ne. Hier. Passt nicht. 9-7-7-2. Und damit hab ich auch einmal gewonnen. Wer ist das Quiz mit Neymar? Okay. Irgendwas. Der hat sich schlaumelt immer wieder auf. Es geht direkt los, ja? Erste? Ne, brauchen wir nicht. Okay. 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 50 Cent. Ich würde auch sagen 50. Aber ich geh noch weiter. Das ist richtig. Pass, 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 pass. 1-0. Schnauze, Diego. Das Manni, Manni mit mir. Stopp! Karim Adeyemi. Ist das wie Willi? Ich sag auch Willi. Das bin ich? Ey, was soll denn da für Leute? Ja, was ist das? Ja. Ja. Wieder schlecht im Sommer. 1-1-0. Stark, 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 stark. Kommt da Karim reingelaufen. Stark, 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 stark. Okay. Stark. Marlon. Deine Antwort ist schon. Boah, ich hab einen Call. Du musst dann sagen. Stopp! Junior. Was? Cristiano Ronaldo Junior. Ist das so dumm? Also wenn das jetzt stimmt. Ich hab so einen krassen Call, aber warte mal. Wir können noch weiter raten. Oh. Stopp! San Susi. Ronaldo Junior. Cristiano Ronaldo Junior? Boah. Sag mal, das ist ein gutes Video. Ähm. Boah. Ich weiß jetzt Stopp! Stopp! Ja. Okay. Bounce. Wir müssen Stopp sagen. Dann zählt er nicht. Hä? Okay, alle einen. Dann hat zwei und der Rest hat einen. Ich würde das immer so direkt schon rausbrillen, wenn ich das leise. Das ist das Problem. Ich hab so einen guten Call. Ich hab so einen guten Call. Nein. Stopp! Oh mein Gott! Christian RUDO! Oh mein Gott! Stopp! Nee, nee, nee. Das ist ein Quatsch. Die European. Ich dachte kurz einer die Chopper, aber... Was? He block you. Die European. You feel me fam? I'm from Chester. If you have a problem, are you mad fam? Okay. Das war cool. Thank you fam. Stopp! Davin Bucca. Bucca? Was ist Bucca? Ah, Mom! Ah, come on! Bum! Stopp! Ja, Drake auch. Ja, richtig. Das schon? Ja, das ist Drake. Digga, ich auch. Also, hä? Digga, ich check's auch. Ich seh das. Für mich ist es auch schwer, ja. Ich glaub ihr seht mehr als ich. Seht ihr gerade zu Punkte? Ja. Stopp, stopp. Ah, nee. Oh, ich weiß es. Auch Jay-Z. Falsch. Falsch. Pub Smoke. Digga, ich wollt mit Lamello sagen, ey. Elias! Oh! Und da bin ich doch. Und ich stopp ab. Natürlich. Ihr habt alle verkackt. Wir haben hier verkackt. Ey, Alter, bis zu Ende laufen. Ja, wenn ihr verkackt. Hä, was? Ist der dumm. Natürlich zählt das. Was? Also, da kann man nichts achten. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Oh mein Gott, ich glaub ich hab's. Stopp. Bisschen gruselig aus. 1, 2, okay, weiter geht's. Willst du was sagen? Oh mein Gott. Ich möchte erstmal weiter laufen lassen. Oh mein Gott. Stopp, stopp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck, ey, geil. Nein, Rudi. Man hat ihn doch ganz erkrankt. Ich war direkt an den Sven-Links-Einkel. Weißt du, wer das ist? Nein. Stopp, was schätzt du? Was macht der? Wappen? Ja, wappen. Oh mein Gott. Denkst du nur an Essen, Digga? Oh mein Gott, ich glaub ich hab ne leichte Vermütung. Stopp. Sag's. Ich sag Biggie. Hä, wie falsch. Guck mal seine Haare an. Falsch. Stopp. Gana? Nein, falsch. Stopp. Juice. Oh mein Gott. Ich bin da. Und ich bin da. Und ich bin da. Und ich bin da. Und ich bin da. Schuhmacher. Auch fast. Wegen die roten. Auch fast. Das sieht aus wie ein... Ich hab's glaub ich. Ohhhh. Da musst du jetzt was sagen, ja? The Weekend. Falsch. Mach weiter. Stopp. Stopp. Mann. Boah, warte mal jetzt. Einer von uns zwei. Ich seh's, ich seh's. Drei, zwei, eins. Karriereist. Was ist das denn? Man lacht zu den Haaren. Ich dachte Weekend, er hatte doch mal so ne hochgesteckte Frisur. Ja. Ich schwöre, war nicht mal so ein Kacki. Alles gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stopp. Oh, ich weiß es auch. Ist das Kodak Black? Dieser Crack, ne? Kodak Black? Stopp. Ich sag Lewayne. Nein! Ist das Beat? Das ist schon noch ein anderer. Das ist Kodak. Fuck. Ich werd noch Usi sagen. Mann. Boah, ich hab nen Call so halb. Muss raten. Ne. Stopp. Ne, mach. Mal dabei das wegen dem Thumblay. Ich wollte kurz Kogi sagen, ne? Ich schwöre ich auch. Wegen dem Thumblay, ne? Ja man. So. Sydney has jetzt vier. Ich glaub, ich hab ne Idee. Ich glaub, ich haus gleich rein. Stopp. Checkpoint. Was? Ne. Falsch. Weitermachen. Stopp. Digga. Wer ist das? Das ist Haki. Das ist Haki. Hast du das? Das ist Haki. Oh mein Gott. Das ist Haki. Digga. Das ist Haki. Digga. Das ist Haki. Niemand erwart dir einen Haki. Wer schaut sich das Video an und sagt, oh Haki. Boah, ich hab zwei Ideen. Oh mit. Wer? Digga. Digga. Was ist denn das für ein Neff? Geben wir. Okay. Das ist unser Bruder. Was soll das? Aber wir machen eigentlich falsch. Wir müssen Stopp sagen. Wir müssen Stopp sagen. Nächstes Mal zählt nicht. Nächstes Mal zählt nicht. Wir stoppen. Bin ich ich. Das bleibt auch schön gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stopp. Oh ich weiß wer ist das geworden. Ich oder? Ihr müsst beide einen Anruf geben. Hab ja. Einer könnte noch kommen. Oh. Wer hat gewonnen? Oh nein. Digga. Ich hab vier Punkte. Weil sich Qualität am Ende durchsetzen. Oh ist das dumm. Muss man kommen. Kommunizieren die viel. Oh. 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 Oh.